so leute also ich mache heute eine abend routine ja ich werde jetzt mein schlafanzug anziehen und ja ich würde sagen los geht's so das ist mein schlafanzug ja der ist sehr gemütlich weil immer morgens wenn ich aufstehe dann ist das schon wach ja der schwanz fehlt ja noch das highlight fehlt das ist cool na also zum schlafen mache ich das ab weil es ein bisschen stört aber sonst finde ich den cool weil die cousine hat den auch gestellten ja jetzt gehen wir runter jetzt gehen wir runter und zwar gehen wir jetzt abend groß ok jetzt weiß ich mache was soll ich drauf machen jetzt gibt mir einen tipp hm ich werde mit dem teller raus au 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 ähm was habe ich und sie gucken warte weovoning was aber hi warte wand 4 Okay, nicht nur riecht, sondern an Essen. Hast du keine Butter drauf machen? Nee. Gut. Nein, ich meine es machen. Ey, diese Marmelade will nicht aufs Messer, ey. Ist die Erdbe? Mhm. Ja. Wer ist denn da die Pizza? Ey, ist meine. Nee, das ist immer das Arme sein. Du hast doch jetzt gleich die Arme beruhigt. Was soll ich denn? Oh, meine. Du bist fies. Wie bist du, hat mir meine Pizza weggemacht, ey? Wirklich schon. Ohne es zu viel. Ja, das Geburtstag, das Kind kann ruhig eine Pizza essen. Ey. Nicht nur, weil Geburtstag, Kathi. Aber jetzt sah alles da auf. Na, das gibt schon Grenzen hier. Ja, ist schon. Hab doch jetzt. So, jetzt schmiere ich mein Brot. Nein. Okay, das weiß ich. Oh, das sieht voll aus wie Tomaten, so gequetscht. Oh. 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 Ui. Ah. Wie du denn jetzt? Wer ist gerade reinkommen? Ui. Ich bin ja hier um zu essen. Wie du denn jetzt ein Brotstagskill nennen? Gestern. Ja, sag ich ja. Trotzdem. Es geht drei Tage, ne? Warum ein Name? So, aber jetzt ist Sabrina dran. Du bist jetzt unwichtig. Da ist es. Ui. Ups. So. Ich hab mir jetzt mal Essen gemacht. Das andere ist schon weg. Weil Essen mal fertig ist. Hm. Ja, ähm. Ich werde jetzt essen. Er ist Joghurt, ey. Das ist Mati-Joghurt. Das ist Mati-Joghurt. Das ist Mati-Joghurt. Das ist Mati-Joghurt. Ja, das ist Mati-Joghurt. Grüß mal eine. Fiona wollte ich auch. Haben wir. Mirai. Mirai. Mirai, ja. Schöne Grüße an Mirai. Oder Mirai. Keine Ahnung. Hab Hunger. Mama. Jöne. Nein, so. Nein, mach mal so. Ja. Ja. Guck. Ah. Nein, aber die Challenge gibt es auf dem Musical.ly. Ja. Ich hab jetzt gegessen. Ah. Schau. Ja. So. Ui. Ich liebe das. Vergiss mich aufzunehmen, wie sie noch zehnmal runterkommen und trinken will, ne? Oh Mann, du bist riesig. Okay. Ähm. Ja. Immer wenn ich schlafen gehe, versuche ich die Ausreden zu nehmen. Mama, ich hab Durst. Mama, ich hab Durst. Mama, ich hab Hunger. Mama, ich hab Durst. Ey. Ja, du hättest mich komisch immer morgens. So, jetzt geh ich immer an mein Handy. Also noch so 15 Minuten. Dann geh ich schlafen. Weil ich geh meistens immer so halb neun schlafen. Äh. Und ja. Ich check jetzt mal ein bisschen Musik hier. Oh, ich hab von meiner Freundin eine Nachricht bekommen. Mein Code. Immer halb neun schlafen. So. 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 okay jetzt schreibe ich dahin drehe ein Video okay, lass gerade hoch hier, das ist oh, wie cool der ist stativ was ist das? Majestic Slow-Mo oder ne, Slow-Mo Girls guck mal, die hat ein Stativ oder ich will das auch haben ich will das auch haben ich will das auch haben oh, mein Mann, mein Mann ich liebe die Bilder hier ich mag keine ich mag keine so Leute so Leute, jetzt muss ich leider meine Idee abgeben ja, also ich muss das zum Laden bringen zum Ladestausch das ladet es denn ich hab nur noch 27% und das reicht nicht für morgen früh oh, ich geh zu schlafen ich freu mich schon auf mein Bett oh, endlich Junis nervt mich nicht mehr aber nimm jetzt was direkt mit brauchst du runtergehen lassen ja, doch ich find die Ausrede wieder ich mag mal sagen Alter, Junis, deine Pizza facken gleich ab Alter, die Pizza facken gleich ab ey nee, ich hab oben glaub ich noch ne Trinkflasche also, nee, Mama, ich hab das so, jetzt geh ich hoch Junis, du kannst nicht zu mir kommen okay, ich mach immer, ähm, Licht hier an weil ich sonst nicht einschlafen kann ja, Junis, lach nicht und du räumst dein Zimmer jetzt steh auf Zimmer aufräumen sofort jetzt ja, sag der Richtige, ey Leute hier wohnen die coolsten Nachbarn der Welt falls ihr das seht, ihr seid cool okay so Alter, die lacht sich immer über meine Videos-Tour, Nadine okay, gut oh, springt sie ab ja, hier hab ich meine Trinkflasche ähm Licht aus also so, Leute, das was vom Video gute macht ja, ich werd geschlafen werd meine Ruhe haben gut nach ohner ciao ciao ciao